Herzlich Willkommen zu einem Leben und einem Tod. Mit dabei ist der Omega. Servus, grüße. Und ich der Stefan. Wir hatten heute den Besuch von ein paar Spiders. Wir mussten die Hütte noch leer räumen. Ein paar Zombies sind durchgekommen. Ein paar ist gut. Ja. Ein paar ist gut. Das war Trouble, ein Terrorist war das heute. Also die Nacht war schon basig. Komplette Munition verschossen. Beim Schlafen konnten wir nicht viel. Nee. Ein Grillrost? Hatten wir einen Grillrost schon irgendwo? Nein, hatten wir nicht. Also, glaube ich jetzt nicht. Nee, ich könnte mal einen machen. Dann können wir das Fleisch mal braten. Einmal noch. Damit wir mal ordentlich was essen können. Ja. Ich reparieren. Ich hoffe, wir haben ein paar Eier. Ich glaube schon. Ach, genug Eier. Ah, das ist nur gekochtes Fleisch. Okay. Normales Schweinefleisch haben wir nicht, ne? Nein, wir müssen aber sowieso auch Federn sammeln gehen. Dann können wir gleich Schweinefleisch auch holen. Mhm. Das gekochte Fleisch kann man ja nicht mehr grillen, ne? Das geht nicht. Nein. Gut. Und mit dem Hasen geht es auch nicht, ne? MNX kann man damit nicht machen. Nein, nur mein Schweinefleisch. Gut, aber ich muss jetzt trotzdem was essen. Ich muss ein bisschen Fleisch essen. Gib dir gleich, warte. Ich hol mir von den Dingern ein paar rein. Na ja. Und sie könnten auch Suppe machen. Kaffee. Ding auch schon. Kaffee haben wir auch. Wir müssen ein bisschen anbauen, ne? Bisschen Kram und so. Ja, hab ich eh schon. Auf jeden Fall geht es mir jetzt schon mal besser. Das ist schon mal ganz gut. Danke für die Painkiller gerade noch. Es hätte eng werden können. Ja. Aber ich finde nichts passiert. Fast nichts. Ja. Wollen wir mal ein bisschen sortieren noch, was wir Schönes haben. Ja. Dann sortieren wir uns das nochmal durch und werden nochmal... Da haben wir eh genug. An... Brennmaterial. Von dem Lead bräuchten wir nochmal ewig viel, ne? Für die Munition, ne? Kann das sein? Von dem Lead? Oder? Wie viel Bahn haben wir da schon? Ja. Ich habe jetzt hier noch vier Stück, sozusagen. Richtig viel ist es nicht, ne? Ja. Nicht unbedingt, nein. Ja. Nur die... Kohle umzuwandeln dauert ja auch ewig, gell? Mhm. Ja. Angepflanzt haben wir aber genug, oder? Ja. Ja. Was auch noch fehlt, ist, ähm, ein Crossbow, ne? Genau, stimmt. Leder hatten wir gar nicht hier, oder? Haben wir irgendwo Leder versteckt? Ne, gell? Wir hatten ja einige Tiere gefangen. Da müssen... Da haben wir sicher Leder. Hoffe ich halt irgendwo... Hier 20. Okay. In der rechten Kiste. Okay. Kannst du eigentlich schon Leder? Ja. Ja. Du normalerweise auch, oder? Ja. Brauchen wir Leder Strips? Wie war denn das nochmal? Ich muss nochmal gucken. Den habe ich so lange nicht gemacht. Ne. Doch, wir brauchen die Strips. Und wir brauchen... Eins davon und Stickies. Das ist doch ganz gut. Soll ich dir auch einen Crossbow machen? Ähm... Ja, wenn du willst, ja. Da brauche ich noch mehr Stickies. Ja, Vorbereitung ist alles. Genau. Oh. Wunderbar. Ach, schön. Moderne Waffen. Fangen wir das da rein. Derzeit ging wir das noch darüber. Warte mal. Wir haben doch hier noch... Äh... Eisen. Schmeißen das nochmal raus. Und... Die Fishing Whites werden ja zu lieb, ne? Auch, gell? Du bleib. Du bleib. Okay. Ich droppe dir mal eine... Hm? Okay. Eine Crossbow. Guck mal hier, wie schön. Wow. Da brauchen wir nur noch die Bolts dazu. Ja, in der Alpha 11 hatte ich noch gar keine. Weißt du? Das ist auch meine erste, die ich mir baue. Ich hatte schon mal einen geschenkt bekommen, aber das ist die erste, die ich mir baue. Und da ich eh keine Pfeile mehr habe, passt das ja. Genau. So. Weisen wir den... Den Bowdra gleich noch rein. Der nämlich auch noch seinen Zweck erfüllt. Dann brauchen wir... Crossbowls. Und was fehlt? Steine. Na ja. Brauchst du welche? Nee, ich hab... Okay. Dann machen wir uns mal 35 Pfeile, das ist doch schon mal was wert. Und dann müssen wir mal auf Jagd gehen nach allem. Unbedingt. Auf Jagd nach allem. Nach Schweine. Und Schweine und Federn und Federn. Genau. Die Woodlock-Bikes dürfen wir nicht vergessen zu setzen. Ja. Sobald ich weiß, wo die sind. Ah, hier. Okay. Okay. In der Explosivkiste. Ja, wo sie nicht hingehören. Ja. Ja, wir müssen immer noch ein bisschen sortieren hier. Hier links im Lagerfeuer habe ich die vegetarische Suppe. Und rechts habe ich den Kaffee. Okay. Was ich mir auf jeden Fall mitnehmen werde, ist ein First Aid Kit. Mhm. Ja, unbedingt. Und noch ein Painkiller. Einen Splint hätte ich noch, ja. Gut. Oh, wir haben fast exakt gleich viel Zombie-Kills. Ja? Oh, das ist aber gut. Ich muss immer noch hier so viel sortieren, das ist nicht gut. Auch fertig. Dann machen wir das nochmal weg. So. Ich habe jetzt alles. Hier. Ähm. Dim, dim, dim. Du stärkst dich auch nochmal, höre ich gerade. Ja, mit einem Bankiller. So, hier ist Wasser drin, was hier gar nicht hingehört. Oh. Das könnte vielleicht von mir dahin kommen sein. Also die, äh, die Shotgun-Munition, die braucht ja echt ganz schön viel Ressourcen. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Da wären wir wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen, nochmal irgendeine Höhle oder so aufzusuchen, denke ich mal. Werden wir müssten wahrscheinlich, ja. Ja. Die Woodlock-Spikes sind auch in der Explosivkiste noch drin, ne? Ja, genau. Ja. So, dann haben wir da nochmal Fett. Das Fett mach ich in die Essenskiste mit rein, ja? Oder? Ja. Oh, ich habe eine orange Steinachse. Oh. Sehr schön. Was hast du für eine Quality? Äh, 167. Oh, das ist gut. Das ist mehr wie ich. Hier bekommst gleich den Kaffee. Mhm. Gut. Geht dann da noch? Klamottenfragment. Gut. Jetzt will ich mal meine Shotgun ein bisschen reparieren. Die hat ja gar nichts mehr an Durchzugskraft. Hm. Ja, ist noch nicht ganz so fertig. Klamottenfragmente. Hier, wir sind ganze, ganze Folge hier nur am, am rumkraften. Gibt's ja gar nicht. Eigentlich müsste man noch Sachen machen, ne? Ja. 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 Ja, ich geh mal runter. Ich geh mal schauen. Ja. Was es gibt. Eine Müllkiste haben wir nicht wirklich, ne? Noch nicht. Okay. Klingeling. Klingeling. So, jetzt hab ich mich doch hoffentlich bald genug durchgewühlt hier. Ja, das sieht gut aus. Jetzt geh ich runter. Schwuppdiwupp, Katowisupp. Nur nicht das Bein nochmal brechen. Ne, das ist wieder gesund sich grad. Oh. Ja, meins auch. Das ist gut. Gut. Also. Wo bist du dann, mein Lieber? Da ist noch ein großes Loch in der Mauer. Ja. Ja, jetzt komm ich. Jetzt laufen wir wahrscheinlich im Kreis hin, ne? Der kleine Garten, der, ja, der Wechsel und gedeiht. Das ist gut. So. Dann würd ich sagen, welche Richtung gehen wir? Was spricht denn die Karte? Ja, viele Richtungen. Unsich auf. Südöstlich ist noch unentdeckt. So, würd ich sagen, gehst vor. Und ich folge dir. Hier ist. So. Auch die Baumfarm wächst und gedeiht. Ja. Vielleicht finden wir da ja eine Höhle. Noch mal ein paar Blumen nochmal mit. Halb elf. Bald Zeit zum Mittagessen. Ja. Das ist natürlich super, wir finden jetzt hier so eine Storchenfarm mit Vogelnestern ohne Ende. Oh, das wär's. Ja. Na, was klingt? Okay. Aber mittlerweile hab ich mich dran gewöhnt. An was? Mit dem gefährlicheren Nahkampf. Okay. Ja, ich bin auch fast der Meinung, es ist etwas leichter geworden. Hm. So, ich hab mal vier Fehlern. Das ist schon mal ganz gut. Ja, wir werden sie mal alles sammeln und dann zu Hause aufteilen, würd ich sagen. Ja, du kannst auch, du kannst auch deine Crossboards machen. Ich hab ja jetzt schon mal ein paar. Ich hab mal noch 20 Stück gemacht. Ja. Das heißt, mach dir nur deine, deine Crossboards. Das ist schon ganz wichtig, dass wir die jetzt erstmal haben, wenn wir hier rausgehen. Wer weiß, wann wir wiederkommen. Ob wir wiederkommen. Alleine oder zu zweit. Ah, ein Häschen. Das war mir auf jeden Fall ein Feil wert. Das war ein Rabbit. Hast du ein Schwein? Ja, es ist schwierig. Okay, es ist Schweinchen schwierig. Links kommt Besuch für dich. Oh, hab ich gefällt. Ja, ich sag ja, da kommt Besuch für dich. Aber ich hab mal all mein Charme spielen lassen. Ja. Oh, das Schwein tritt durch. Mir ist mal passiert, ich habe ein Schwein im Wasser erlegt. Und ich konnte es nicht looten und dann war es weg. Oh. Ja. Das Problem kenne ich, ja. Deswegen, da ist auch unter dir ein Zombie. Ja. Oh, schon wieder ein Hase. Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Häschen in der Grube. Und, kriegst du deine Sau noch? Du lässt nicht locker, ne? Du lässt nicht locker, ne? Du lässt nicht locker. Nein. Es war nur einmal Schweinefleisch, aber das ist nix. Ja, was? Frühstück. Ein schönes Ei. Ich geh grad, wo du langlaufen bist. Ich such dich die ganze Zeit. So, warte mal. Ich bin... So. Ich komme zu dir. Ja. Wir treffen uns. In der Mitte. Da. Das wäre nicht der Ersten, den ich ihr erlege. Hat er nicht gehört, hoffe ich. Ja, ich habe auch bisher ein Vogelnest gefunden. Hat er. Er kam zu dir. Er kam zu mir. Wo? Hinter dir? Ein dicker? Hm, ich weiß nicht. Warum haben wir eigentlich so viele Zombies am Start? Ja, hier waren wir doch nicht. Das heißt, hier ist noch alles voll davon. Ja. Vielleicht haben wir auch mal Glück für ein bisschen Federloot. Da ist ein Nest. Okay. Wie lange du noch, ähm, Pfeile hast. Ja, ja. Das geht noch. Ähm, Clay haben wir genug, oder? Clay hatten wir, ja. Ich sehe da drüben mein Rucksack. Ich gehe nochmal rüber ins andere Biom. Okay. Hier fehlt, mir fehlt Holz. Mir fehlt doch gerade ein bisschen Holz. Zuhause haben wir genug Holz. Ja, ich will mir schnell ein paar Stickies machen. So. Was haben wir denn da für ein Biom da drüben? Die Steppe. Okay. Wir hatten doch mal so eine Wüstenstadt noch gefunden, ne? Die haben wir noch gar nicht. Die haben wir noch gar nicht durch. Da ist gerade ein Hirsch zusammengebrochen hinter dir. Hinter mir? Ja, da, wo du hergelaufen bist. Da fahren lächer. Das Backpack hat sie ja gehabt, ne? Ja. Also. Ach da, Mr. Hirsch. Ich stink sowieso schon. Ja, ist nicht schlimm, ich auch. Brauchst du ein Hemd? Hm. Brauchst du ein Hemd? Oh. Ich hab' keins an. Ich hab' dir eins nie geworfen. Okay. Schauen wir uns mal was über. Wunderbar. Gut. So, Stefan. Ja. Der hätten wir für heute ja, der hätten wir ja für heute eigentlich schon wieder fast. Alle Sachen gemacht hier. Mhm. Da drüben ist ein Hase. Oh, da hinten ja. Das sind die fast gar nicht. Oh, da kommt ja. Der, 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 der. Die war die nächste schon. Der, der, der hat aber ganz schön ordentlich eingesteckt hier. Ja. Ja, ich bin an der Zeck jetzt. Ja. Ja, dann würde ich sagen... Verenden wir hier die Folge? Ja. Titt. So vorne. Oh. Killdieb. So, dann kommt die nächste. Jetzt nicht mehr. One-Shot. Schön. Den Hirsch gönne ich mir noch, oder? Komm her. Nicht weglaufen. Ja. Okay, ich stink sowieso. Und ich habe eh Hirsch mit. Ich werde ihn gleich holen. Dann sollten wir uns mal aufteilen, dass wenn du nur stinken willst. Aber ich habe ja auch Stinky-Kram mit. So, zack. Schnell looten. Ja. Okay. Also, mein Lieber. Und meine Liebenden. Schenkt uns einen Daumen hoch. Auch wenn es heute ein bisschen unspektakulär war. Ja, das gehört dazu. Genau. Hast du Tage wie diesen und wie diesen. Außerdem nähern wir uns ja Tag 8. Genau so ist es. Und dazwischen kommt der liebe siebte Tag. Mhm. Und deswegen looten wir noch ein bisschen die Gegend. Ja. Ich schalte das nächste Mal auch wieder ein. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.